Müsste mich doch schon hier, achso ne du musst komplett zurück kommen noch ein stück noch ein stück noch ein stück noch ein stück hat es mich gerade, du hast ein baum, bist am baum, am falschen winden punkt ich denke ich werde hier vorne ja ja noch ein stück 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 das hat mir aber geholfen ich bin drüber du musst zurück ich fahr wieder zurück weg da Moment kurz so vermehren sich also LKWs Moment du hast ein LKW ich nicht, ist das dann ein Kind? Stop wir kommen ganz zu weit Nein, 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 nein. Oh, vorbei. Nein, jetzt bin ich wieder. Nein. Das war so gut. Ich war auf dem Stein drauf. So eine Scheiße hier. Ups, jetzt bin ich auch auf dem Stein drauf. Hängt zwar fest, aber nicht an dir, sondern an diesem. Oh. Ich brauche mehr Leistung. Warte mal. Oh, oh. Hier, warte mal. Ja, ich sag mal so. Kann ich eigentlich aussteigen, einfach in den Wald gehen und schreien? Machen wir das jetzt hier. Noch ein paar EKWs wollen, oder? Vielleicht bin ich auch irgendwie. Kannst du dich den Baum vor mir nehmen zum Windpunkt und ziehst dich da irgendwie hoch vor mir? Also mein linkes Hinterrad, nicht an mich. Ja, ist hier. Ja, ich weiß, Autowinder und so. Genau, den da. Und einfach über mich drüber, über den Anhänger drüber. Ha! Guck mal, hast dich umgehauen. Ja, wir liegen gleich beide hier unten im Wald. Ich hab mal, ich hab, ich hab mal Handbremse gezogen. Warte mal, bleib mal hier, ich zieh dich jetzt hier einfach drüber. Ja, mein Sex, was wir hier die letzte halbe Stunde schon machen wollten hier. Okay, das nützt nichts. Ja, wo ist es eigentlich hin? Ich wollte dich eigentlich so ein bisschen, uuuh. Du bist gleich unten im Wald, ne? Ich will nach rechts! Such dir einen besseren Punkt zum Drehen als hier. Ich meine, das sieht gut aus. Das sieht gut aus, das sieht gut aus. Ich gucke, ich drehe. Bin ich an dir dran? Ja. Ja. Und? Ich gucke, ich geh so. easy fast ja gar kein problem das war ja einfach oh 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 ja gar kein stress hier muss gar nicht was hier war richtung garage rechts rum oder links rum steht hier am schild doch dann ist man den komischen weg ja ja also ich versuche es aber ich brüttel mich gerade ein wo bist du eigentlich ja ich arbeite dran ich kann wie ein trappi am abschlepp sei an einem ferrari der lichthuber macht wenn er da noch zu schnell gefahren ist wie man das kann also hier ein schnellgang heißt es hier ja ja die feld muss ich anschieben hier oder was ist denn muss ich mal kurz und rein wechseln so ist hier auch noch Hilfe ah ich war am Kopf und ich habe nichts gesehen ich habe einmal einen Zug gemacht zack aber wo bist du wo bist du wo bist du wo bist du ja jetzt machen sie ich mache es so mache es so und auf einmal war ich auf dem dach Moment und du hängst doch noch gerade an der Winde dran ja ich habe kurz einen Himmel gesehen dann machst du einen Purzelbaum gefühlt und dann lege ich auf der Seite Moment ich muss drehen oh warte mal häng dich mal häng dich mal vorne an ah Moment lass mich das tun okay ich muss jetzt nur ja ja jetzt 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 ist gut ein bisschen Abstand ich versuche wieder ein Cockpit zu geben mal gucken ob es diesmal besser klappt äh wenn das gerissen ah ja geht wenn das gerissen ah ja geht wenn das gerissen und ich sinke ich sinke ja ich sinke ja du singst auch ich bin gerade auf der Karte ich habe keine Zeit zum sinken Motor unterdreht der schwierige Teil kommt jetzt wie der schwierige Teil kommt jetzt ich bin was passiert hier also im Cockpit ist es unmöglich gerade wow wow Hilfe Wind ist gerissen halt stopp stopp wo bin ich hier ich habe gerade unter Wasser gesehen wieso bist du schon da so ein Kilometer entfernt äh 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 häng ich ab 1-2 steinchen hängig oh oh hui okay gefährlicher Wasserstand hallo Busch hallo baum ich bin noch am baum vorbeigekommen nicht vorwärts jetzt aber jetzt aber ich ziehe doch schon dass ich die bildsricht nicht es muss durch die engstelle passen ja nicht leichter als das baum links baum links baum links hallo este klar ziemlich gefütter baum recken aus dem rückspiegel noch drin perfekt den turm haben wir glaube ich schon ich muss ja weiter aus wenn es wieder ein eingang nützen hier. Oh, dann flippe ich doch gleich wieder durch die Kante. Ich will hier ein bisschen. Ich ziehe es hier einfach als Backstein durch, oder? Wahrscheinlich. Ja. Wow, 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 whoa, ey, wow, wir bin hier, ah, ah, ah. Wow, ah, 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 ah. Moment, ich habe einen Weg zu befolgen da. Das ist ja aufregend hier. Achso, wie geht's lang, okay. Ich will auf Asphalt fahren oder so. Ja, kommt gleich. Vorsicht, Teig an. Was? Was? Wo, wer? Ja. Ach man, immer wenn ich den rein mach. Huch. Wir können ja gerne mal Position tauschen. Was ist das hier von Asphalt? Riecht das richtig? Ja. Müssen wir da nicht rechts rum? Ja. Auf zu bremsen. Ich bremse nicht. Achso, ich soll bremsen? Okay, kein Problem. Ich brems. Na gut. Kann ich auch wieder nach außen gucken. Ich fahr. Sauerei. Waaat. Au. Sind wir schon da? Sind wir schon da? Ja, du musst eh mal tanken. Ja, und dann? Dann müssen wir hier hin. Glaub ich. Okay. Hier? Ja. Oder da. Der ist ja ramponiert. Scheiße. Der muss mal gebrocken werden. Ah. Nee. Er wird einfach weiter gefahren. Puh. Ich wollte jetzt eigentlich diese blöde Mission hier machen. Ja, ich nehme jetzt, ich mache jetzt die Felsbrocken Mission. Ja, da brauchst du nicht noch ein Auflieger. Ja, da muss ich noch eine Britsche hinten drauf. Oder das war es? Ja, ich nehme jetzt weiter. Kann ich jetzt mal ein paar Ratschieren? Ja, ich nehme das Ratschieren. Ja, das ist das Ratschieren. Ja, ich nehme die Ratschieren. Das hier ist ja ruhig. Das ist ja auch nicht immer wieder. Also muss ich mit mir in das Ratschieren. -Konzept. Untertitelung des ZDF, 2020